Wir haben ihn, Commander. Kanes Tempel und Operationsbasis. Diese Übertragung wurde uns vor fünf Minuten live von einem Magenten vor Ort überspielt. Also gibt es keinen Zweifel, dass Kane da drin ist. Er hat seine Spezialinfanterie-Bots dabei. Sie werden nicht leicht an ihn rankommen. Ironisch, nicht wahr? Kane hat seinen Tempel direkt vor den Toren von Sarajevo aufgepflanzt. Genau da, wo einst ein anderer Verrückter schon den Ersten Weltkrieg angezettelt hat. Und wir sind hier und versuchen, den nächsten Verrückten aufzuhalten. Commander, es gibt diesmal kein Pardon. Keine Nachsicht mit Kane und seinen Fanatikern. Machen Sie seinen Tempel dem Erdboden gleich. Vernichten Sie den Bastard. Selbst wenn Sie sterben bei dem Versuch.